Hey Alter, Kormatik ist nicht deine Stärke, aber das macht nichts, denn du hast bestimmt mehr Bezug zu der Unterrichtsstunde, die ich gleich geben werde. Bitte unterrichte nicht Chemie. Zu spät! Willkommen zum Chemieunterricht. Ich bin euer Lehrer, Mr. Cyborg, aber nenn mich ruhig Dr. Love. Ich werde dich niemals Dr. Love nennen. Dr. Love macht dir gleich ein Häkchen. Na schön! Dr. Love, das ist keine Chemie. Ist alles dasselbe, mein Süßer? Du willst tanzen, doch schämst du dich sehr dabei. Und ein Mädchen kommt zu dir und sagt, ha, ha, heilig. Nimm nur Mann und Frau, schon beginnt dieser ganze Schmus. Und seine Hände fangen an zu schwitzen und ihr juckt der Fuß. Da ist Chemie im Spiel. Wenn du glaubst, du ersticken und dein Herzchen glaubt. Chemie im Spiel. Wenn du schmilzt, die Butter und die Nase trotzt. Chemie im Spiel. Du beschenkst sie von Herzen, sie kommt nicht zu kurz. Und du denkst, du musst platzen, so wie kurz vor allem. Das Gefühl, dass dir ein Junge oder Mädchen gefällt. Möchtest du am liebsten teilen mit der ganzen Welt. Chemie im Spiel. Wenn du glaubst, du ersticken und dein Herzchen klopft. Chemie im Spiel. Wenn du schmilzt, die Butter und die Nase trotzt. Chemie im Spiel. Zusammenfassung. Es handelt sich also um Chemie-Van. Du schwitzende Hände bekommst. Und juckende Füße. Das Herz laut klopft. Sehr gut, meine Lieben. Das ist doch keine Chemie. Das ist doch nur eine schmalzige R'n'B-Single. M-m-m. Das ist ein Häkchen. Das ist doch nur eine schmalzige R'n'B-Single.